Es kommen jetzt Mitglieder der AfD rein, die nicht teilgenommen haben am Hammelsprung. Um nicht gezählt zu werden, nehme ich an, das ist natürlich wirklich nicht gerade ein parlamentarisches Verhalten, was Sie hier an den Tag legen. Wir kommen jetzt zum Ergebnis. Die Beschlussfähigkeit wurde nicht erreicht, denn wir haben 241 abgegebene Stimmen. Das haben Sie offenbar gewollt, denn deswegen klatschen Sie ja auch. Zur Beschlussfähigkeit sind jedoch 369 Stimmen erforderlich. Wir sind also nicht beschlussfähig und infolge der Beschlussunfähigkeit hebe ich die Sitzung gemäß § 45 Absatz 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung auf. Wir können also diese allerletzte Abstimmung nun nicht mehr machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist aber trotzdem nun der Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Das macht nachdenklich, auch für die Sommerpause. Wir gehen alle ein Stück weit nachdenklich davon. Und ich hoffe, dass Sie trotzdem...